Schmerzen zum Beispiel, dann möchte ich da nicht hinschauen und bei starken Schmerzen, dann seid ihr aber auch hoffentlich bei einem Arzt und so. Ansonsten geht da bitte hin, weil das, was wir hier machen, kann keinen Arzt ersetzen. Auf lange Sicht schon. Der wird arbeitslos, wenn alle sowas machen. Es sei denn, man kommt in einen Verkehrsunfall oder sowas. Also solche abrupten Änderungen. Aber was verhaltensbasierte Krankheiten anbetrifft, ich denke, wenn man sich mit seinem Körper und seinem Geist länger beschäftigt, darin besser wird und hoffentlich auch ein bisschen Freundlichkeit sich selber gegenüber entwickelt, dann bleibt einem nichts anderes übrig, als dass es einem mit der Zeit besser geht. Geistig und körperlich.